am nachmittag sind wir jetzt schon am dienstag dem 21 gestern konnte ich gar nichts machen ich war so kaputt nach der ganzen fahrt bis wir hier waren und jetzt gehen wir kurz mal auf den balkon stürmisches wetter stürmisches wetter in sowjet hier bin wie wenn dann schickt mir die lehnung öfter mal so ein kurzes video mit dem blick von unserem balkon sehr windig heute relativ regen auch aber wir werden jetzt gleich losgehen wir gehen jetzt in eine conditorei die sehr schön ist und sehr gute kuchen torten sehr guten kaffee hat und da werden wir uns erst mal gut gehen lassen das muss ich da rein gehen das wird kühl und nass bis später